Willkommen zu den heutigen V-Videos, heute mit einigen frischen Updates zum nächsten Pladin Moment Disney NFT Drop, unter anderem noch mit einem Special. Unter anderem schauen wir uns das letzte App Update an und schauen uns an, was dort alles noch mitgekommen ist. Das sind sehr viel mehr hier jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein V-Videos, die mit den wichtigsten V-Videos du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und die heutigen Videos solltest du da draußen definitiv nicht verpassen, deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt an das Video. Aber erst, wenn du auch den Kanal abonniert hast, ich weiß, dass die meistens von euch gemacht haben, aber wenn du es noch nicht gemacht hast, mach es jetzt auf jeden Fall unbedingt und aktiviere die Glocke, denn so verpasst du auf jeden Fall kein neues Video. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle mit dem nächsten Platin Moments NFT Drop und zwar von Pixar mit einer Pixar Series natürlich dementsprechend. Das Ganze wird am Freitag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit kommen. Das Ganze wird natürlich hier im Waitlist-Drop-Format, das heißt im neuen Drop-Format. Und wir bekommen als allererstes hier Miguel. Das Ganze wird eine Editionzahl von 5.100 Stück haben und einen Listenpreis pro Collectible bei 60 Gems liegen. Das Ganze wird natürlich hier an dieser Stelle eine First Appearance sein. Ansonsten haben wir als nächstes natürlich auch Woody mit dabei vom Vorschau-Bold. Das Ganze wird eine Rare sein und wir werden hier eine Editionzahl von 3.100 Stück sehen. Das Ganze ist keine First Appearance, weil wir den Charakter selbst schon auf der App haben. Ansonsten haben wir noch als letztes hier einen relativ interessanten Charakter und zwar nämlich Nemo als Alt-Rare. Und das Ganze wird eine Editionzahl von 2.100 Stück sein. Und natürlich eine First Appearance sein Nemo, sollte man eigentlich kennen, ist ein wirklich relativ bekannter und beliebter Charakter auf jeden Fall unter Kindern. Und nun kommt das Special dafür, denn wir bekommen nämlich auch wie bei den letzten Platinum Moments hier auch ein paar Specials mit dazu. Denn es wird nämlich wieder so eine Art Potion geben. In dem Fall keine Potion, sondern eine Tür, die sich offenen wird. Und zwar nämlich für dich, wenn du diese hier bekommst. Und diese Tür wird dir dann wiederum andere Dinge ermöglichen. Schauen wir uns auf jeden Fall erstmal an, wann das Ganze droppen wird. Das Ganze wird nämlich am Freitag, dem 7. Juli um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Natürlich im Waitlist-Drop-Format, beziehungsweise im Einzelformat natürlich. Das Ganze wird an dieser Stelle hier einmal als Tür-Drop. Das Ganze wird außerdem animiert sein. Das heißt, ihr könnt theoretisch auch sagen, ihr wollt die Tür nicht verwenden, könnt sie auch theoretisch in euren Showroom behalten. Das Ganze wird hier, wie gesagt, am 7. Juli droppen. Der Listenpreis pro Tür wird 30 Gems sein und eine Editionzahl von 1.986 Stück. Das Ganze wird außerdem natürlich eine Secret Jail sein und eine First Edition. Mit dieser Tür habt ihr dann diese Möglichkeit, hier bis zum 4. August euch Poster zu craften, wie beim letzten Pleasant Moments Job. Und zwar, wenn ihr sozusagen Meguel habt und diese Tür, dann habt ihr in Kombination die Möglichkeit, hier dieses Poster zu bekommen, was unter anderem eine Lenny-Colarkarte ist. Das heißt, wenn ihr sie bewegt, dann verändert sich hier der Hintergrund, beziehungsweise Meguel glaube ich nicht, aber der Hintergrund definitiv. Finde ich prinzipiell erstmal eine sehr coole Sache. Wie gesagt, das Ganze ist hier mit keiner Editionzahl versehen, weil es davon abhängig ist, wie viele Leute denn wirklich beides zusammen craften. Wenn ihr beides zusammen craftet, dann werdet ihr natürlich auch beides verlieren an dieser Stelle. Dementsprechend müsst ihr euch natürlich an dieser Stelle entscheiden, wollt ihr wirklich das Poster oder wollt ihr die Potion und das Collectible behalten. Ansonsten muss ich hier ganz kurz mal etwas erwähnen, weil mir das gerade im Schnitt aufgefallen ist. Ich habe gesagt, dass man hier das Platinum Moment Collectible auch burnt. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Ich habe mich gerade nochmal hier belesen. Das ist nicht der Fall. Das heißt, ihr burnt im Prinzip nur hier diese Potion, beziehungsweise diese Tür, wenn ihr das Poster bekommen wollt und nicht das Collectible selber. Das Ganze wirkt sich natürlich positiv auf alle Leute aus, die natürlich die Potion und die Platinum Moments behalten, weil natürlich durch die Poster natürlich auch die Sachen mehr oder weniger geburnt werden. Dann haben wir als nächstes noch einmal natürlich ein Woody Poster und natürlich noch ein Nemo Poster. Hier gilt genau das gleiche wie beim VQL Poster auch. Ihr braucht das passende Collectible und dann bekommt ihr hier ein Poster. Finde ich an dieser Stelle wirklich eine sehr, sehr coole Sache, denn das zeigt auf jeden Fall hier auch, dass Vivi beziehungsweise auch Disney daran interessiert ist, Interaktivität beziehungsweise auch ein bisschen Utility hier für Drops zu schaffen oder ein bisschen Abwechslung einfach auch hier in die Drops mit reinzubringen. Schreib du mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare. Wenn du beides bekommst, wirst du beides behalten oder wirst du es für einen Poster einlösen. Schreib es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Ansonsten kommen wir zum App-Update und das hat auf jeden Fall hier auch wieder einiges diesmal mit beinhaltet. Unter anderem haben wir auf jeden Fall neue Push-Benachrichtigungen in der App selber. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Wenn zum Beispiel ein Collectible verkauft wird, seht ihr jetzt auch wirklich welches Collectible und so weiter und so fort. Außerdem wurde hier direkt Waitlist V1 für Comics mitgeliefert. Wann das erste hier dann droppen wird mit dem ersten Test-Drop, das werden wir auf jeden Fall sehen. Ich gehe aber davon aus, dass es wahrscheinlich noch diese Woche sein wird. Außerdem Drop Reservations, dort gab es noch einige Bug-Fixes und es wurde unter anderem auch die Languages jetzt in die App direkt mit integriert. Gestern hatten wir es glaube ich in der Web-App und heute schon direkt in der App. Also meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr schnell, was hier momentan an Updates auch reinkommt. Ich bin persönlich jedenfalls sehr positiv gestimmt, was die momentan an Updates und auch die Geschwindigkeit der Updates angeht. Bei Vivi schreib du mir auf jeden Fall sehr gerne mal rein, ob du momentan mit Vivi zufrieden bist oder nicht. Ich bin es persönlich jedenfalls momentan sehr. Ansonsten gibt es auf jeden Fall noch einen recht interessanten Kommentar auf meinen Kommentar unter einem Post von Vivi. Ich habe mich mal gefragt, do we get this month a Community Update? Darauf haben sie geantwortet, why sell for just an Update? Das heißt übersetzt, warum sollten sie sich nur mit einem Update zufrieden geben? Das heißt mehr oder weniger, dass wir uns hier nicht nur auf einen Update vorbereiten können, sondern unter anderem auch auf etwas sehr viel Größeres. Eventuell auf die ersten Einladungen für das Vivi-Verse. Wir werden das sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde dich natürlich hier Updates halten, wenn es dazu mehr gibt. Ansonsten wollte ich auf jeden Fall sehr gerne nochmal hier auch meinen letzten Twitter-Bread eingeben, beziehungsweise auf das Thema, was ich glaube ich letztes Mal schon behandelt habe mit den Languages. Denn das Ganze kommt wahrscheinlich nicht gerade einfach mal so vom heiteren Himmel. Wir haben hier nämlich unter anderem ja japanisch mit dabei und von David Yu hatten wir unter anderem auch schon dieses Jahr den Kommentar, dass wir auch Animes sehen werden, beziehungsweise in die Richtung japanische Collectibles schon noch was sehen werden. Dementsprechend macht das tatsächlich Sinn, dass wir das sehen. Und wir haben auch eben nochmal in einem Stream, den ihr euch unbedingt auf jeden Fall auch anschauen solltet, mindestens auf jeden Fall ab einer Stunde, denn da haben wir auf jeden Fall wirklich nochmal sehr, sehr spannende Themen gehabt. Aber insgesamt der Stream war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, könnten wir wirklich auch in den nächsten Wochen und Monaten die ersten Anime-Collectibles sehen und damit auch einen massiven Zufluss aus dem asiatischen Bereich, beziehungsweise aus dem asiatischen Kontinent sehen in die Vivi-App, was natürlich dann Einfluss haben würde auf Collectibles, die natürlich aus dem asiatischen Bereich kommen. Zum Beispiel Pili Fantasy Ultraman als Beispiel. Dementsprechend das auf jeden Fall nur ganz kurz am Rande. Meine Spekulation auf jeden Fall an dieser Stelle. Wie gesagt, es ist Spekulation, das muss man an dieser Stelle betonen, aber es macht eigentlich keinen Sinn japanisch mit reinzunehmen, denn eigentlich ist das eine Sprache, die nicht so verbreitet ist. Mandarinen hätte hier deutlich mehr Sinn gemacht. Dementsprechend scheint es so, als wenn hier noch mehr geplant ist für die nächsten kommenden Wochen und Monaten mit dieser Sprache. Und dementsprechend macht das eigentlich meiner Meinung nach nur Sinn. Schreib mir auf jeden Fall was sehr gerne, deine Meinung dazu unten in die Kommentare. Und als letztes haben wir auf jeden Fall noch ein ganz kurzes Update von wie für all die Leute, die mit dem Red Hulk in Augmented Reality Probleme hatten. Das wurde jetzt auf jeden Fall gelöst. Das ist auf jeden Fall ganz kurz noch am Rande. Und ansonsten war es dann an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, bitteren Abend und bis dahin dein Käpt'n. Ciao, ciao.